Hallo liebe Kämpfer, das Hobbyfilmteam Heinz und Monika begrüßen euch ganz herzlich zu weiteren Filmausbild vom Schwarzwald, den Bodensee und die Stadt Freiburg. Der Schwarzwald ist Deutschlands höchstes und größtes zusammenhängendes Mittelgebirge. Er ist die wichtigste Tourismusregion des Bundeslandes und das meistbesuchte Urlaubsziel unter den deutschen Mittelgebirgen. Das Gemeindegediet Übergängen besteht aus der Kernstadt und aus den Gemeinden Bamberg. Übergangen, Bonddorf, Deisendorf, Hötinge, Lippersreute, Schneffelwangen und Nussdorf. Überlingen bildet ein Mittelzentrum innerhalb der Region Bodensee-Oberschwam. Vor uns liegt die Heimat, wir den höheren Geweiden nur hierher. Große Worte finden, fällt mir wie die meisten Männer schwer. Lass dich nur umarmen und dann wirst du die Gefühle spüren. Du kannst auf mich zählen, ganz egal wohin die Wege führen. Weil du meine große Liebe bist, ist es schön bei dir zu sein. Nach einem Wummel durch die Altstadt Überlingen, mit einem schönen Wetter und mit verabredeten Freunden, verging der wunderschönen Abend. Für den nächsten Tag verabredeten wir uns zur Bodensee-Schiffsüberfahrt zur Stadt Kolstad. Das Glück ist dir, ich danke Gott dafür, weil du meine große Liebe bist. Bei wunderschönem Wetter legen wir in Überlingen vom Anleger in die Welt. Anlegesteg mit dem Schiff ab und am Uldingen Anlegesteg steigen unsere Freunde Helga und Siegmund zu. Die uns in Stadt Kolstad einige Sehenswürdigkeiten zeigen möchten. Wir freuen uns schon sehr darauf. Mein schönster Tanz mit dir. Doch musst du und sie zu Hause sein. Doch sie weiß nur eines nicht von mir. Heute war mein schönster Tanz mit dir. So wunderbar sie träumen, du warst mir im Arm vis-à-vis. So wunderschön konnte alles geschehen. So wunderschön konnte alles geschehen. Unser ersten zarten Kuss vergesse ich nie. Du möchtest sehen, so schnell vergeht die Zeit. Und du tanzt mit dir im weißen Blatt. Und dann sagst auch du verliebt zu mir. Ja, das war mein schönster Tanz mit dir. Und dann sagst auch du verliebt zu mir. Ja, das war mein schönster Tanz mit dir. Ja, das war mein schönster Tanz mit dir. Ja, das war mein schönster Tanz mit dir. Die Schifffahrt auf dem Bodensee ist sehr erholsam und entspannend. Rechts und links vom Schiff. Viele erholsame, schöne Sehenswellen. Was die Städte dem Tourismus bieten. Sehr empfehlenswert ist die Insel Mainau. Diese sollte man bewundert haben. Liebe ist ein Spiel. Alles ist erlaubt und nicht fällt spät. Sehensucht, das ist, wenn dein Herz der Tag geht an. Und du träumst vom Sonnenwind und Meer. Sehensucht, das ist, wenn du nicht mehr schlafen kannst. Nur noch daran denkst, wie schön das wär'n. Ein weißer Strand und roter Wald. Ein paar Stunden zähl ich sein. Einfach endlos glücklich sein. Deine Spur im Sand, die hat der Wind schon lange verweht. Doch du weißt noch ganz genau, wie's war'n. Die Sterne über dir. Die Sterne über dir. Die Hand, die dich berührt. Sehensucht, das ist, wenn dein Herz der Tag geht an. Und du träumst vom Sonnenwind und Meer. Und du träumst vom Sonnenwind und Meer. Sehensucht, das ist, wenn du nicht mehr schlafen kannst. Nur noch daran denkst, wie schön das wär'n. Ein weißer Strand und roter Wald. Ein paar Stunden zähl ich sein. Einfach endlos glücklich sein. Sehensucht, das ist, wenn dein Herz der Tag geht an. Und du träumst vom Sonnenwind und Meer. Sehensucht, das ist, wenn du nicht mehr schlafen kannst. Nur noch daran denkst, wie schön das wär'. Ein weißer Strand und roter Wald. IH-lin, induct to the 현, pneum Canadians. stars am Sonnenwind und Meer. Before we meet at see sources... We have to go home and Lausanne. Nach vielen erklärten Sehenswürdigkeiten von Sigmund und Helga haben wir uns ein großes Eis gegönnt. Das Gesehene aufzuzählen würde den Rahmen sprengen. Wir empfehlen, Konstanz selber zu erforschen. Hierzu sollte man viel Zeit mitbringen. Wir bedanken uns bei Helga und Sigmund. In Freiburg gibt es bemerkenswerte Gebäude aus allen Epochen der Stadtgeschichte. Ein großer Teil der historischen Altstadt wurde beim Bombenangriff 1944 zerstört. Erstaunlicherweise blieb das Münster, die Südostecke des Münsterplatzes, mit vielen alten Gebäuden erhalten. Nach dem Krieg wurde die Altstadt weitgehend in den historischen Proportionen mit damaliger Grundstückgröße und Traufhöhe wiederher aufgebaut. Der Markt ist der Ort. Der Markt ist sehr gut. Das Finanzamt ist eine Art und Errichtung. Erstaunlicherweise die Schäuser sind die Schäuser, die Schäuser sind die Schäuser vom Gebet. Beim Klopfen-Kotels war erstaunlich. Erstaunlich wurde geflüchtig. Untertitelung. BR 2018 Nun sind wir mit unseren Filmausschnitten am Ende angelangt. Wir wünschen allen, es hat euch gefallen und wir würden uns sehr freuen, wenn es zu einem Abonnieren und einen Daumen nach oben kommt. Was uns freuen würde und uns weiter motiviert. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.